Hallo Leute, willkommen bei Walheim, Mahlzeitmeister Tschutschke. Mahlzeitmeister Tschutschke. Sind sie bereit? Ich habe 74 normale Pfeile bei. Ich habe 113 Obsidianen und 120 Feuer, das reicht bestimmt. Ja, wenn nicht, werden wir sehen. So, ja dann, Attacke. Attacke Tschutschke. Wir schreiten zur Attacke. Reicht wahrscheinlich doch nicht. Rudin, sei mit uns. Natürlich reicht es nicht. Seit wann machen wir das im ersten Heap? Sehr wahrscheinlich gar nicht. So, jetzt esse ich. Hamm, hamm, hamm. Nur voller HP haben. Jetzt. Dann Schweinedrache. Der muss sich natürlich gerade dem mit bewegen. Nicht mehr. So. Na dann. Legen sie ihr Ei. Ih, hört sich ja eklig an. Das liegt da unten in der Küste. Hast es nicht mit hochgebracht? Nee. Schändlich. Schändlich. Da bin ich gespannt, wie schnell diese Holz... Setzen richtig den Helm auf. Ich habe den richtigen Helm aufgesetzt. Auch sowas hier. So, da bin ich mal gespannt. Hey, gentlemen. Starten sie die Motoren. Passiert nix. Achso, ich muss nur noch hier klicken. Ja. Ich bin weg. Ich sehe niemanden. Hier. Über uns. In der Luft. Oh, denn. Ah, da. Da ist die Frau Moda. Sehe sie nicht. Brennt erst mal. Oh, 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 oh. Ich laufe weg. Ich laufe weg. Wow, die hat mich verfrostet für 67. Brennt. Hier auf der anderen Seite raus, damit ich hier nicht... Das war ein A.E. Das war ein Toten-A.E. Ah, die brennt. Brennt. Muss die Kristalle weghauen, oder nicht? Ah, die sind weg. Die gehen vor allem jeden Tag noch rein. Kannst du aber weghauen. Die brennen. Ich bin aus raus. Dann. Ich glaube, ich bin null aus raus. Das. Die ganze Zeit gesprintet, dann deswegen. Hallo. Ich versuch's jetzt mal mit den anderen Pfeilen. Sag mal, wie viel Schaden die machen wir haben. Ich mach hier so 30, 40 pro Schuss und dann noch Branden. Der Brand steckt übrigens. Vermeerte dann meine Mörder, aber jetzt ist bloß aus der Wale. Ich geh ins Loch, die ist in der Luft. Gehen Sie ins Loch. Mach ich mal aus der Wrecken. 45 macht der Schaden. Das ist nicht viel Unruf. Hohoho, ich hatte sie gesehen. Ja, hatte ich gesehen. Oh ja, da, da, das war hier so ein Luftstoß. Das ist nicht gut. Dann will ich ein Stück. Jeder Feuerfall macht 40 Schaden. 29. Jetzt ist die Schaden. Shit. Lebst noch? Ja, ja. Hat kaum so viel Schaden gemacht, dann ist bloß voll langsam. Weil es jetzt fällig war uns. Das ist jetzt leider ein störendes Beat erschienen. Bedeutet was? Nein, Amorau. Drachen. Clemau. Die zerlegt mein Rutschschildberg. Upsa. Der Motor brennt wieder. Also mit dem bisschen, was wir haben, wird das niemals ein. Ach, Mutti. Und zu wenig Pfeile. Ob sollte es nicht sein, dann macht es bloß, dass das Dach kaputt ist. Irgendwie krieg ich dir keinen Schaden, wenn ich dir in den Kopf schieße. Moment, Maus, die geht in den Pfeile schaden. Jetzt hebt es wieder ab. Ich muss doch Spaß haben. Ausdauer. Wie kann ich Schades zahlen? Ui, der hat ja ganz schön abgeräumt, Junge. Der hat ja alles abgeräumt. Dummle Saui. Ein schöner Berg. Weg, du hästliches Ding. Uuuuh. Schütze und freundlich, Jutschke. Null. Äh, im Kopf machst du keinen Schaden. So ist mir weg. Null. Äh, ach komm, ist es weg. So weg. Jetzt wird nicht mal weg. Jetzt sehen wir ja nichts mehr. Ja, dann ist super. Äh, äh, äh. Wo ist sie denn? Ah, da ist sie. Gut, dass ich gefrostet wurde. Äh, äh. Finde ich ja scheiß, Drache. Äh. Ich esse nochmal. Wo ist sie? Ja, lont mal die anderen Kale. Äh. Ich muss in Deckung. Ich bin in Deckung. Ich muss essen. Eins, zwei, drei. Hallo. Moda. Da habe ich mich jetzt gemacht. Es kommt mit einem... Ne, 70 Mal. Ich meine, ich bin hier mit. Links rein. Uuuuh. Ich... Rutsch ab. Du sagst mal recken. Feuer. Feuer war alles. Ich bin doch kaputt mit Feuer. Andern Schweine, Drache. Das war ganz nett. Hat sie in der Scholle Fahne hier reingepustet. Hätte ich die Werkbank wieder hingestellt kriegen. Ja. Die Werkbank steht erst mal. Direkt, die wird bestimmt Regen. Dumm, schießt. Nein, guck nur dumm. Ah. So eine Scheiße. Rutschke ist tot. Der hat, der hat genau hier auf den Eingang gezielt. Das habe ich nicht gefragt. Bist du tot? Aha. Danke. Massenfass. Uuuuh. Kälteshaft saufen. Oh mein Gott. Biss ihn auch mal. Uuuuh. eine mutter oder schweine und das hätte ja auch nicht gemacht wo ist denn uns ja genau das genau oben drauf sitzt genau keine ahnung im zweiten wo ist denn der Eingang? ich weiß nicht ach du ach der Stein ist weg ich muss da unten rein ich muss da unten rein, es ist alles gut ich bin drinnen erstmal und ich bin tot würde ich sagen alter Schwede da müssen wir auch mal anziehen ne? das ist ein Wald voneinander Schweidedrache ne 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 een ne oh Wölfe versuchchen mal rein zu kommen ja nicht, es hat keinen Ausdauer Null, nix Ich bin tot. Wölfe haben mich gefressen. Schweinewölfe haben mich gefressen. Jetzt kommen sie zu mir. Kriegst du sie? Kein es erstmal gewesen zu sein. Nee, es heilt noch immer. Es sind noch nicht alle gewesen. Ich stehe hier und singe. Warte auf meinen Buff. Hauptsache du lebst, Tschutschke. Buff ist vorhanden. Okay. Warte, diese scheiße. Ich bin hier rüber. Hast du die hingestellt? Ja klar, die alte war ja weg. Kannst du auch nicht drüber und mach die weg. Das ist sinnlos. Wir haben noch bloß noch davon. Ich komme jetzt hoch. Können sie da rumpusten. Die ist immer noch auf halb. Wo ist denn mein Grabstein? Krass, die Liebe zur Helm, zur Helm, zur Helm, zur Helm. Gib meine Klamotten, zack. Anziehen. Ich habe mein Zeug nicht mitgenommen, weil ich Steine aufgehoben habe. Sehr gut. Die ist hinter mir her, Dutschke. Ich bin immer noch nackt. Der nächste blöde Drachen. Ich habe so einen Eisküttel am Arsch. Den billig Drachen habe ich. Jetzt kommt noch der Eishainu. Der hatte vorgefährd. Ich saß immer so einen Typen. So einen Typen aktiviert. So einen Elementor. So ein Steinainu. Wo ist der Motor? Ich sehe sie nicht. Der Motor ist von mir. Ich bin jetzt tot, glaube ich. Das Problem ist jetzt nicht mehr Motor. Das Problem ist jetzt Eishainu. Eishainu wird bestimmt von der Motor gegrillt. Jetzt hat die sich keine Anstalt gemacht. Wo ist er denn? Da, wo es brennt. Ja, das ist aber schlecht, wenn du so einen wegziehst. Das ist doch scheiße. Wir müssen in das Loch rein. Komm mal mit jetzt. Ich war nackt, Kollege. Ja, komm mit. So ist rein jetzt, Junge. Geh' du da rein. Ich bin angezogen. Ich bin der Rest. Eins, was ich brauche, ist. Wo ist der Vieh überhaupt? Die ist weg. Die würden wir anfangen zu reggen. Da hinten ist sie irgendwo. Geh' hin. Jetzt geht's zu dir, glaube ich. Jetzt geht's zu dir, glaube ich. Alter Schwede, das hat ein Dreckstück. Da kommt jetzt zu mir, der Herr Gohlem. Ich versuche, ihn mal ein bisschen wegzulocken. Ich bin grand wie ein großer. Also, ich hoffe, der Herr Gohlem ist weg. Oh. Nee, ist schon da. Ich bin der Herr Gohlem. Ich werde sie gar kochen. Ich werde sie schnappen. Oh, komm. Weg, 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 weg. Hallo? Wo ist der Mutti? Der Mutti nicht. Hau nicht. Abgehauen, Mutti. Müssen wir eh blödo hier mal langsam killen. Der geht nur in den Sack. Siehst du die Mutti? Noch nicht. Der Steinjohnny kommt zu dir. Jetzt ist er bei mir. Ah, hier ist er. Sehst du, ja. Der hatte gerade gesessen die ganze Zeit. In einem Klipper meint er sich jetzt zu fest gerammelt. Oh, nett. Ich bin im Loch. Zieh den Scheiße mal den Berg runter. Na, die Mutter ist auch noch in den mir her geflogen. Was ist denn? Was ist denn? Ich bin tot, ich bin tot. Ich beballer sie, beballer sie. Der Steingolem ist bei meinem Grab. Ich habe ein paar Schüsse reingekriegt. Ich habe ein paar Schüsse reingekriegt. Ich warte gerade. Bis mein Ding wieder voll ist da. Der hat gerade Bodenphase. Kann schön schießen. Die macht vorne im Moment. Die Bodenphase. Die habe ich auch ab und zu. Die brennt ganz zuverlässig im Moment. Jetzt habe ich es genauso mehr. Der brennt dann nicht mehr. So. Okay. Ich eile. Eile herbei. Ich saufe Saft. Ich saufe Saft. Ich habe jetzt nicht mehr Ausbau gehabt. Das hat sich jetzt echt gelohnt. Und da ist es nicht wiedergekommen bis jetzt. Ja. Jetzt fliegt sie los. Jetzt fliegt sie sich wieder ins Loch. Äh. 36 Eispfeile ab. Äh. Feuerpfeile. Natürlich. Guten Moin. Ja. Wir haben nicht mehr viele. Soll ich welche bauen? Nee. Wo sind die denn? Wappen, Feuerpfeile. Flint, 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 Flint. Nee, baust erstmal nicht. Die können wir immer noch bauen. Komm erstmal lieber wieder. Lieber wieder. Wenn es nicht reicht. Die hat ja bloß noch ein Viertel. Und ich habe noch einen Haufen Obsidianpfeile. Ich eile. Höfe ich mal, dass du nicht den Typen nochmal herpultst. Weil im Moment ist er weg. Ja, der ist bei meiner Leiche. Und wenn ich meine Sachen holen will, dann würde es wohl dazu kommen, dass ich den wiederbringe. Die hat nämlich ein Drittel. Die musste ab und zu mal piesacken. Sonst, äh, ne. Wird die immer munterer. Und jetzt ist er in der Flutphase. Und weg. Und jetzt ist er in der Flutphase. Und weg. Und dann ist er in der Flutphase. Und weg. 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 Doppel hat sie noch. Jetzt hat sie wieder ihre Ruhephase, jetzt können wir mal hinschenken. Oh, jetzt muss Shrek schießen die Plane. Keine Sorge, sie schießt auf mich. Ja klar, weil wir Preußen sind. Der muss ja der wagemutige sein. Eigentlich muss er noch drüben sein, wenn wir abwechseln. Hallo, der Tütschke. Was ist denn? So. Noch ein paar schöne Treffer gelandet. Jetzt, wenn ihr mal wisst, wie ihr zielen müsst, aus dem Loch raus müsst ihr nicht die Höhe anhalten. Jetzt Entfernung. Oh, jetzt, jetzt, jetzt nicht weg. Hi, Johnny! Ja, dann ist schon wieder. Aber sicher. Ja, dann bleibt ja drinnen. Ja, drinnen kann er gehen. Ja, ich bin gerade am abhauen mit dem. Achso. Oder so. Kannst du nichts mehr machen. Das wird wohl noch öfter passieren, dass ich mal so eben den Löffel abgebe. So, ich werde jetzt Feuerpfeile bauen, weil ich gar keine mehr habe. Du musst doch nur ab und zu einen Tütsacken. Hat noch 20%. Ja, das geht schwer mit dem Problem. Ich weiß, dass ich bin draußen mit dem Mundi laufen. Muss man hier ein Loch hacken. Einfach aufweiten, dass man hier einfach mal rausschießen kann. Aufweiten hört sich total super an. Verboten an. Nein, 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 nein. Das ist optimal. Herr Rose, wie sie Feuerpfeilen. Ich habe hier am Hals, hier am Kopf, genau hier am Arsch, genau über mir. Ich muss ihn einschießen. Hätte schon viel eher machen sollen. Ich gehe die ganze Zeit in den Arsch gepult. Boom, boom. So, jetzt hat sie ab. Haben noch 15%. Ah, jetzt habe ich eine schöne Opportunität verpasst. Eine Opportunity. Ja. Ich hätte nämlich jetzt den Golem hier reinhacken können. theoretisch. Was da hier reinrutschen. Das war. Ach du, jetzt fiese Sachen. Jetzt haben wir eine. Jetzt haben wir den Hund eingetrappt. Da kommst du nicht mehr raus, mein Freund. Problem ist bloß, jetzt müssen wir ihn auch schon so erwischen, dass er uns nicht haben kann. Dann haben wir den schon mal weg. Ah, ich habe nichts gegessen, ich Idiot. Beziehungsweise den lasse ich dort einfach. Er kann doch verhungern von mir aus, ja. Scheiße. Der Bock. Der Bock. Und halb Schuss. Jawohl. Brennte Hund. Hahaha. Jetzt brennt es ordentlich. So, Feuerfalle sind alle. Jetzt mit normalen Weimern. Ausdauer ist weg. Verdammt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Wo ist der Schweinegürtel? Bitte sag mir, wo der Gürtel ist. Wo ist er denn? Ach, hier unten. Jetzt ist er in irgendein Lande. The Eagle has landed. Da haben sie bald jetzt nicht mehr viel. Ah, der Helm fliegt über Mittwoch von. Ja gut, sehr gut. Passen Sie bitte auf, Herr Helmste. Wenn Sie hier reinkommen. Ich komme nicht rein. Ich bleibe draußen. Einer draußen, einer drinnen. Ich spick die hier mit Feuerfallen. Wie Sie sehen. Das bleibt gut. Halt so ab. Alte Ziege. Mutter. Der Mann mit dem Vogs ist da. Der ist nicht weg. Jawohl. Burn, Baby. Die ist noch in der Luft. Ja, in der Luft. Der ist nicht weg. Der ist nicht weg. Der ist nicht weg. Der ist nicht weg. Nis! Ah, das war halt krass. Ich bin abgekühlt worden. Hier ist kalt. Was weiß ich denn? Dittel? Ich wünsche dir. Weg, 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 weg. Komm zurück hierher, Mensch. Jetzt. Sehr gut, Herr Helmsch. Kein Platz. Hey, wie schwer sind die Scheißdinger? Ich kann bloß eh ihn aufheben. Ach, ich bin überladen. Mit irgendwas. Ja, Steine. In der Tat, Herr Helmsch. In der Tat, Herr Helmsch. Steine. So, wo ist der Adel? Haschkeks. Unten drinnen. Muss ich jetzt. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen jetzt die Stelle finden. Ja, hier aber nicht. Nee, nee. Das hat er auch keiner gesagt. Irgendwo halt. Muss man finden. Theoretisch tiefer als er ist. Mal sehen. Du kannst ihn, nee. Du kannst ihn einfach hauen. Wenn er auf mich haut. Jetzt zum Beispiel. Nee, 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 nee. Das ist scheiße. Das ist wohl so Mist. Was? Da ist die Seite frei. Ich muss mal ein bisschen tiefer hacken, dass der wieder runterrutscht. Ah. Erstmal weg. Pass auf, pass auf, pass auf. In der geschickte Wegroller. Da muss immer noch mal hauen. 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 Das kriegt dauernd. Das ist ein HP. Ich geh ja nicht mehr an. Sorry, ich hack dir die Füße. Die Pfeile zuhören. In die Füße. In die krummen Füße. So Elmschke, High Five. Pick Fief. Pick Fief. Haben wir die Oelche. Full Alarm. No problem, no problem people. Oh. Ein Schuss entglitten. Sieht aber cool aus, was dir übrig gelassen hat von unserer herrlichen großen Felswand. Ja, da bin ich wie ein fleißiger drum herum gelaufen und drum herum gelaufen. Und drum herum gelaufen. Und ich war immer voll gefüllt mit Steinen. Und die habe ich dann immer als Paket den Berg hinunter geworfen. Zwischenzeitlich ist der nette Herr Eierkopf mir die ganze Zeit da hinterher gelaufen. Das hat gefetzt. Hast du neuen Tränen eingesammelt? Was für Dinger? Ja, habe ich. Und dann hast du den Kopf von der Olschen. Äh. Ja, habe ich. Den nagelmehr in die Hauswand. Oh ja, den muss ich auch mal in die Hand nehmen. Du willst den auch mal in die Hand nehmen. Äh. Irgendwoher habe ich Silber gekriegt. Mach mich mal. Es muss irgendwo eine Silberader sein. Denkste? Ja, ich habe Silber in der Tasche. Woher soll der sonst gekommen sein? Silbererz. Silbererz. Mal nochmal hoch mit dem Detektor. Das kann man schon finden. Das sieht aus wie auf einem Schlachtfeld, ey. Guck mal. Ja, das war ja auch eins. Ein Holz, das wir hier gebaut haben, steht nicht eins mehr. Nicht eins. Da unten ist noch ein Grabstein von dir, logisch. Ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Wo steht ein Grabstein? Ja, tatsächlich steht ein Grabstein. Da kamen auch noch drei Wölfe. Also. So. Die waren nicht nett zu mir. Das erste Mal die Burgen dreiviertel sind alle geschossen. Ach. Da kann ruhig stehen bleiben. Da sind Steine, Steine und Steine drin. Wolf kommt. Beziehungsweise er kommt nicht, weil er den Weg nicht findet. Zu mir oder was? Ja, er startet aber. Der ist jetzt wieder weggerannt. Der ist im Nordosten von dir gewesen. Überm Berg drüber. Also hier müssen wir noch mehr erforschen. Hier sind ja. Also erstmal ist hier eine Höhle und hier ist mit Sicherheit noch jede Menge anderes Zeug. Ein monströses Gebiet, jung. Jo. Aber wir sind bei 36 Minuten. Wir haben jetzt sogar fast in der Zeit geschafft. Dann lass uns mal nach Hause schreiten. Und diese hässlichen Leichendinger wegmachen. Eins, zwei, drei. Viermal bin ich verreckt. Ja, mach. Viermal. Saudi. Ja, da unten drin ist schon schön safe. Wärst du immer links raus? Hättest du den Arsch geschossen, wenn sie zu mir zielt? Ja, ich habe aber versucht halt, dass... Wenn die auf mich schießt, kannst du ja raus. Ja, die guckt dann so... Ja, aber das geht doch von da drinnen und da drinnen ist halt safe. Und die guckt dann so über den Rand. Nichts da mit dem Kopf. Und überlegt, was mach ich denn jetzt? Die blöde Kuh. Und da kannst du erst mal eins wieder so ein Eingling. Somban Elze is using the fucking chest. Die fucking chest. Ja. So. Ja. In diesem Sinne, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Haben wir die Ehre. Tschüss. Tschüss. Tschüss.